Wie kann ich sehen wie viel meine Transferliste gerade frei hat? Ich will eine Übersicht sehen. Vielleicht mit Cain eindecken. Wo sehe ich das? Wo verfickte, 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 riesen Drecksscheiße sehe ich das? Ich raste aus. Ich schwöre aus euch, ich raste aus. Das ist nicht gespielt oder irgendwas. Ich bin einfach nur so enttäuscht. Wie viel habe ich gerade auf meiner Scheißliste? Es steht nirgends wo. Oh Gott, Alter. Du kannst es nur sehen, wenn du ein Pack eröffnest. Hier steht 54 angeboten. Das ist falsch. Das ist falsch. 54 ist falsch. Wer 54 schreibt, spielt mit dem Zwei-Wochen-Bahn. Es ist falsch. Es sind 54 angeboten. Es sind nicht 54 auf meiner Liste. Ich muss mir jetzt einen Scheiß-Pack öffnen. Ich muss jetzt einen Drecks-Pack öffnen. Um zu sehen, wie voll meine Liste ist. Jetzt sehen wir es da oben. 91. Verfickte 91 seht ihr da oben. Oh, ich brech so zusammen, Alter. Das Game macht mich völlig fertig. Es zermürbt mich. In-Game, nicht in-Game. Im Menü, Spielereinladungen. Alles bricht. Alles bricht. Meine ganze Brust tut mir weh, weil das so schlecht programmiert ist.